Trüterer alert! Initiiert die Sicherheitsprotokoll! Du könntest wohl aufgeben, weil du mithilfeierst, Und du wirst nie aufhören! Kenny? Your turn. Wenn du die Herzen siehst. Genau, ja. Kenny nimmt nicht so viel ab. Ich glaube, wir werden wieder auf Butters wechseln. Abwehr verringert. Okay. Das ist die neue Fernwaffe. Genau. Nein, wir machen ihn trotzdem so kalt. 119. Respekt, Alter. Mehr Schaden. So, den haben wir in die Flucht geschlagen. Den looten wir natürlich. Einen Heil dran können wir nicht mitnehmen. Dafür brauchen wir auch einen Schlüssel. Was ist, wenn ich dagegen schlage? Nein. Ach so, man hätte wahrscheinlich da drauf schießen können und dann wäre er dort hingegangen wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Da ist nichts drinnen. Da können wir auch interagieren. Okay, gut. Trinken tut der Kleine nicht. Da gibt's irgendetwas zum Looten. Da komm ich nicht rein. Da können wir nix machen. Da können wir auch nix machen. Da können wir auch nix machen. Okay, besorge einen Messingschlüssel. Da können wir nicht rein. Das ist so wichtig. Ich komme mit L und R auf dem Begleitsymbol. Das ist so wichtig. Ich komme mit L und R auf dem Begleitsymbol. Drücke R2, um den Gleiter zu steuern. Mach ich doch. Irgendwas sagt er, ich weiß aber nicht was. Irgendwas hat er gesagt, ich weiß nur nicht was. Da komme ich wahrscheinlich nicht rein. Deswegen müssen wir da irgendwas anderes machen. Uh, die haben wir gar nicht gelootet. Das haben wir auch nicht gelootet. Na Gott, sagen, bin ich noch mal zurückgegangen. Jetzt haben wir schon 7 Dollar. Also irgendwie müssen wir da... Moment. Moment, Moment, Moment. Da runter können wir auch gehen, oder? Nein, können wir nicht. Schade. Oh, wow. Boobies. Boobies. Lol. Aber wir haben... Must touch. Boobies. Ha, eh. Boobies. gut. ladies Okay, ne, ne nut mir leid. Wir schätzen's immer alle im Weg. Hier können wir was looten. 25 Cent. Okay, okay. Raus hier. Und jetzt gehen wir da vorne. Können wir da rein? Nein. Okay. Na, dann beginnen wir zu kämpfen. 3 gegen 2. Schade, dass wir Butters nicht mit ins Team nehmen können. Ah, ich wollte eh wechseln. Butters macht nämlich weitaus mehr Schaden. Okay, los geht's. Zuerst gehen wir auf ihn los. Ja, das macht schon viel mehr Spaß. So, los geht's. Der Kenny macht nicht so weit aus mehr Schaden. Ich hab mich verdrückt. So, jetzt ist er mit seinem Volleyball. Ach so, der isst was. Um mein Gottes Willen. Okay, los geht's. Okay, passt. So, jetzt gehen wir auf den da zuerst los. Gut geblockt, okay. Der isst schon wieder was? Nein, doch nicht. Okay, einmal haben wir's geblockt. So, wir verwenden die David Schleuder. Oh! Ich bin nicht so weit. So, was hier ist der? Und ich bin wahrscheinlich in der Nähe von hier. Und da werden wir uns geblockt haben. Ich bin nur noch. Ich bin einfach in die Nähe von hier. Wenn du Atem bist, dann meinen Sie. Aber das ist wirklich wie wenn du noch einen Knopf verwandt hast. Oh tu, was bei mir geht's? Ich bin das nicht! Ich bin einfach nicht dabei. Oh, du es ist sicher. Ach so. Ich bin einfach 패ten. Das ist sehr effektiv. Das ist sehr, sehr effektiv. Okay. So, komm. Looten. Danke. Ja, ja, ist voll. Wissen wir eh. Heiltrank, okay. Und eine neue Völkerball. Eine neue Waffe haben wir erhalten. Das nehmen wir uns auch mit. Da können wir nicht rein. So, jetzt gehen wir zurück auf Schießen. Nein, okay. Oh ja, da. Und? Und? Was hat sich das jetzt gebracht? Unglaublich. So. Ah, Wiederbelebung ist auch voll. Okay, da können wir auch nicht rein. Hier können wir nochmal looten. Very nice, okay. Und jetzt? Hier rein? Da waren wir ja schon. Das ist die Putzkammer. Habe ich den Schlüssel schon? Das ist der Heiltrank. Also ich habe das runtergeschossen und habe aber nichts erhalten dafür. Das ist der Gesundheitstrank. Ja, ja. Das kann man nicht kaputt machen. Da war auch nur das drinnen. Das kann man auch alles nicht mitnehmen. Da ist der Tote drinnen. Und es ist der Tote. Das ist der dissipiert. Und das ist der Tote drinnen. Das ist der Tote. Gebt die Schlüssel! Schutz die Frontlinien! Stirbt ihr auch mal davon? Nein, oder? Glaube ich nicht. So, wie komme ich ihn da jetzt nach hinten? Ah, einfach zerstören, okay. Okay, den haben wir ausgeschalten. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir auch alles mit. Der Heiltrank ist voll. Da können wir nichts mehr machen. Hier, hier, hier. Da können wir nichts machen. Und aus was für einem Grund bin ich da jetzt reingegangen. Die Tasse kann ich schießen, okay. Ich kann nicht mehr schießen. Oh, das ist schon so. Das ist schon so. Das ist schon so. Ich kann nicht mehr schießen. Spinschlüssel von Gangaufsicht. Was hast du zu tun? Was hast du zu tun? Kannst du nicht sprechen? Was hast du zu tun? Was hast du zu tun? Danke. Ich dachte, ich war ein Wunsch. Es waren zu viele. Es waren zu stark. Seine Haare sind zu rau. Vielleicht kannst du den Silber-Key und den Gold-Key finden. Du kannst es zu tun, wo ich verabschiede. Freue Mackies-Präsidenten! Ich hoffe, dass die Gold-Key da drin ist. Oder es gibt es die Silber-Key, aber es hat nicht alles gehört. Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Schauen wir uns mal hier um. Einen falschen Schritt, und wir können uns in der Strecke enden. Der Goldschlüssel? Der Goldschlüssel? Er hat keine Hand auf dem vor. Wir hoffen, er hat die Kraft, um die Tür zu verhindern. Okay, passt. Somit haben wir den Goldschlüssel auch hier. Und jetzt können wir mit dem Goldschlüssel... Da brauchen wir einen Spinschlüssel. Dafür ist der Goldschlüssel da. Jo, viel Spaß bei der K10. Das ist weit genug, Intruder! Wo ist dein Hallpass? Kein Hallpass? Dann ist es Zeit, dir einen Referral. Oh ja, das ist der Boss! Glückwunsch zu kämpfen! Du denkst immer, das ist ein Spiel, junger Mann? Der Goldschlüssel ist verpflichtet! Der Goldschlüssel ist verpflichtet! Er ist schlau auf. Der Goldschlüssel ist verpflichtet! Der Goldschlüssel ist verpflichtet! Ich bin nicht verpflichtet! Der Goldschlüssel ist reingekommen!